Ein neues Projekt wird so langsam geboren. Also, wir arbeiten super gerne mit jungen Unternehmern zusammen und deshalb haben wir jetzt heute hier auch die Möglichkeit, damit ihr euch unter unserem Video hier verlinken könnt, beziehungsweise euren Internetseite drunter setzen könnt, damit auch andere euch sehen können und vielleicht sieht man ja mal, vielleicht kann man zusammen arbeiten, vielleicht sucht ihr noch eine Bürofläche oder ein Gewerbe, dann könnt ihr euch auch ganz gerne bei uns melden. Ich freue mich auf euch.